ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von der spiel legend edition in enderal heute machen wir nicht mit gesuchten arg weiter sondern mit der apotheose wo wir das abgestürzte raumschiff wollte ich gerade sagen das abgestürzte schiff finden sollen und dafür in den norden und ja ich hatte noch übrigens sagt das fällt mir gerade mal so ein eine sache kann ich noch skillen ich kann machen nämlich jetzt glaube ich wenn ich richtig irgendwelche erinnere ja genau den hela da habe ich nämlich jetzt alle nur so ein kleiner als man es jetzt hat liebe diese lilan welten ihr so mit level 70 bin ich auch schon deutlich stark stärker und stark hallo ein elementar wolf hallo naja dieses abgestürzte raumschiff wo ich die ganze zeit schon wieder raumschiff naja ich habe sie viele orangen gegessen macht jetzt auch nix passiert das sieht hier gerade mega nach skyrim aus ja natürlich widersteht er dem frostschaden wäre auch peinlich wenn nicht ne stört mich trotzdem nein das hier sieht mega nach skyrim aus das ist so typisch ne hier so berg als der welt so ein jetzt weiß ich nicht mal mehr wie die original skyrim dinge zu heißen ne ich werde sterben oha ich muss die gegner einzeln töten ist wichtig wieso hast du dann eisfeuer eis zauber ja und danke das könnte eng werden komm 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 ja scheiße hoha oh hier ist ein magisches symbol oh oh wow 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 10 symbol eingesammelt oh ach wuah ähm wie gut kann ich mich eigentlich mittlerweile heilen ähm verschlemmert das so mit 15 5,15 Prozent die eisfrau ist halt das schlimmere nicht gut wobei vielleicht ist es zu unserem vorteil sogar aber eigentlich nicht gut so mein gott das war der kopf von ihr es tut mir ein bisschen leid nicht elementare habe ich doch gar nicht getötet seelensteine klauen der gefallenen schwere rüstung fest sich lebensenergie und ausdauer setbonus was wäre das denn set gegenstand festigt ausdauer festigt blocken eine setbonus sogar nur blockt mehr schaden mit einem schild ich bleibe bei den skara kann schon ja muss ich einfach mal so sagen wirst du lass mich gerade kurzer schloss bitte knacken danke danke jetzt können wir weiter kämpfen danke einmal richtig habe ich ausdauer lebensenergie gemacht meine ich aber habe ich jetzt gerade nicht mit gerechnet ich kann war mit meiner handelsruhe das ist super so und jetzt müsste ich nämlich gleich den bonus kriegen wenn ich nämlich hier so beuteschneider habe ich heller habe ich das in der mitte brauche ich nicht ob er geht oder lauft hat beim schleichen keine negativen einwirkungen mehr so wieso kein bonus sondern eben nicht hey mode bonus aber wieso kann ich hier nicht hoch muss ich da unten lang oder wie gut das ist gar kein problem kann ich machen dann gehe ich halt einmal um den bergern scheint herum dann war das hier nicht notwendig aber auch nicht schlecht natürlich klar da wo ich hier lang gehe das doch wieder so typisch magische symbole etc eisbranken gegend oder eisbrank gegend lol hallo meine beiden ich hasse diese dinger net zu bekämpfen weil du triffst sie halt echt nicht das ist das schlimme das ist voll schön hier oh ein elementar da gab es zwei und habe ich da gehe ich mal mit dem bogen drauf aber jetzt 2,5 fachen schaden dann ok so der kristallisk so kein na gut äh äh jetzt ich einen roten apfel fasan zum brot man muss reichen hier muss ich mir jetzt merken dass ich gerade nämlich um ein ähm berg herumgehe dass ich nicht direkt immer zum ziel will ah klar der weg ist ja auch das ziel ne ach wow wieder mal der philosophie man war oder sind gleich vier stück wenn ich es richtig zähle weil sie den grässlichen ding an ich absolut hasse die sind auch gar nicht schrecklich zu bekämpfen so du kannst ja auch keine mächtigen angriffe machen dann ist das ein gegner nehmen oder ein holzstumpf ich kann es nicht genau erkennt dass ihr kartoffeln jetzt konnte nein ich krieg den trank nicht kann ich schon kann ich beides noch nicht geil naja welche pfeile nutze ich eigentlich immer die alten eisenpfeile ok ich mache lieber die stahlpfeile das habe ich auch viele von ein bisschen abwarten bis ich gesünder bin und go ok und go ich glaube es ist wirklich nur ein baumstumpf ja es ist okay aber man weiß ja nie ne hat dieser baumstumpf hier sogar was aber er ist einfach aus holz gut der hat nichts wirst du wirst sehen obwohl ich hier mehr zähle direkt 13 alter das ist unfassbar so ok was haben wir da ist einfach nun stand dass keine markierung nichts irgendwie zu markieren dass sie ein anderer weg beginnt oder wie verstehe ich das wieso ist das hier goldbeutel wer hat den dahin gelegt die frage na ne das ist echt nur um zu markieren dass hier eine kreuzung ist das finde ich nicht schlecht ich komme gerade vor als würde ich die 7000 stufen wandern weißt du was ich mich gerade frage was ich mich jetzt gerade frage wie lange dauert es wohl bis ich die ganze ich habe jetzt die ganze begrifflichkeiten von ender jetzt alle im kopf ne groschen heißt das geld in all die sprache keiner die schwerter die skelette heißen verlorene die maradeure und so bis ich da wieder die begrifflichkeiten vom echten skyrim drinnen ich frage mich wie lange das dauert ich glaube so 20 folgen brauche ich bis ich wieder bei allen beim alten bin bei den zutaten wird es wahrscheinlich schwer für die alchemie und so auch es gibt sachen die da glaube ich da wird es einfach irgendwie so beim drachen da wird es nicht dabei bleiben dass ich das im geraden nenne wobei ich glaube es hängt auch viel damit zusammen wie viel ich das und so ein geraden nutze ich natürlich auch kaum diese zutaten sammle ich ständig ein was bist du knuffi hallo wölfe also bei den städten denke ich eh ist nicht das große problem das sind ja keine die sehen ja schon anders aus da merkt man sich auch die namen anders dann wow das rift on oder einsamkeit keine ahnung flusswald dass ich das nicht mit arg verwechseln werde das denke ich ist ausgeschlossen eher aber es gibt bestimmte sachen da glaube ich da wird es schwierig wieder der umstieg traugere genau so heißen die dinge wieso ich weiß jetzt schon den einen namen nicht mal mehr so so oh oh wie könnte das denn hier sein ha äh uh okay gut oh gott nein äh ich kann nicht meditieren wenn feinde nennen sind wollte ich auch gar nicht äh kurzer fand den waffenschaden so so alter was ist das denn für einer hä was ist das denn für ein troll dass der so extrem viel schaden macht dass der so extrem viel schaden macht so ähm ähm hä was macht der denn so extremst viel also und das ist das ist ei 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 was ist denn mit dem ist roll was denn mit dir ich verstehe ich verstehe es gerade nicht ich verstehe es gerade wirklich nicht wieso der so stark ist ja ich bin ja nicht schwächer als sonst du scheiß wolf durch die lässt mich gerade sterben das ist ja klar ich hasse es wenn keine millimeter hohen abgründe springen können das macht mich wieder aggressiv richtig ihr wollt mich verarschen dass ich wegen euch hier runter rutsche wegen euch misstgeboten ich mache kein schaden was ist das denn ich komme mir vor als würde ich null schaden verursachen habe ich irgendwas was ich falsch mache irgendwie rüstung nicht an oder so ich mache alles wie immer ich war ich verstehe es gerade nicht ich verstehe es gerade echt nicht den wölfen habe ich ja auch null schaden gemacht die habe ich doch gewann hittet irgendwas passierte gerade ich weiß abgrundtief nicht was ich lasse jetzt einfach mal meine gesundheit voll regenerieren so so ich verstehe ich verstehe ich verstehe ich verstehe es einfach echt nicht sorry es ist mir nicht klar wieso ich gerade so scheiße bin es ist für mich es ist für mich nicht erklärlich gut zumal ich gerade auch noch mit langsamer geschwindigkeit wieder wieder auf was ist so typisch für den norden hier das ding macht geringer ritzig auch permanent durchgehend eigentlich seine gesundheit das ist super habe ich keine lust drauf habe ich keine lust drauf mache ich nicht interessiert mich dann auch nicht sorry also wer so eine verfickte dreckige huren scheiße macht der ja soll da interessiert mich dann noch nicht ob ich den dürfte oder nicht wo muss ich hin warte ich mich komplett verarschen irgendwie ach so ja die karte stimmt hat null und ich bin gerade wieder mega abgefuckt einfach wenn du spiel was wieder mal nichts geschissen bekommen was balancing angeht also sorry da ist es wirklich eine der schlechtesten spiele die ich in den letzten monaten jahren gesehen habe und da kann doch dieser status aber wir sind eine mod nichts dagegen ändern das ist einfach scheiße auch eine mod kann scheiße sein soja musst du dich einfach selbst mit einfinden wenn die mod scheiße ist ja dann bist du selbst schuld da sehe ich das schiff schon ich weiß es nicht ich weiß es einfach es gibt für mich keinen rationalen grund weshalb ich so wenig schaden mache die agenot ich bin am deck der agenot oder was habe ich denn hier finde komische schwerkraft wie komme ich denn hier richtig rein so anscheinend ich weiß nicht wie ich da von unten hochgekommen wäre naja das in der nächsten folge bis dahin und tschüss tschüss